Welcher? Achter? Hm, ich seh schon. Hab dich. Boah, scheiße, schwere Truppe oder was hier? Hab dich, erledigt, Kumpel. Tomato-Chicken, was ist denn das auf dem Kackname, ne? Ich muss einfach ganz ehrlich, na ja, zumindest nicht in die Sicht. Es sind mir gerade ein paar zu viele. Hab dich. Achtung. Aber Granaten kann ich auch werfen, ne, da könnt ihr aber wissen, wir wissen ja. Hier Leute, ich spielte Granaten, auch scheiße. Ja, wir schwimmen Granaten, Nacken, vielleicht noch Reichsservion. Boah, Leute, ey. Wollt ihr mich da gerade veralbern oder was? Wie in the power of the dark side, ah. Fresh Sacrifice. Nice. Ja, was gefällt dir, was hier? Deckung, Deckung, hier. Ne, ab dir, hier. Und Hals, Maul. Boom. Okay, die Bookies habe ich auch nicht hier gezeigt, wo der Hammer hängt, ne? Okay, sehr gut, so viele blaue Namen, das ist geil, das ist geil. Watch the flank. Watch the flank. Dieser Tomato Chicken macht hier richtig Probleme. Der macht richtig Probleme, der Kerl. Ey, mach den Typen fertig. Ey, es kann nicht so schwer sein, einen Typen da fertig zu machen. Vor allem, der spielt schwere Truppe. Der dürfte nicht so viele Kills machen, ne? Ey, aber der macht Kills am laufenden Band, was ist denn das? Ey, dieser Tomato Chicken ist so ein Over-Pro-Gamer. Au. Wow. Gut, du wirst Granate, jedenfalls. Guck dir, den ist auch weggerollt. Ah, danke, Mann. Ey, es hätte ich gebrauchen können. Scheiße. Und keine Granaten mehr, Mist. Boah, scheiße, er kämpft. Attacke, 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 die können sich alle killen. Oh, Mann, hab ich Glück gehabt. Ey, da ist kein mehr Glück aber. Oh, scheiß Granate. Oh, okay, Deckung, Deckung, Deckung. Die Granaten ist gut. Snapper, gehen mit ein Snapper mit. Er denkt, dass hier ist, äh, Snapper Elite, deswegen hockt er auch so. Hier, spielt damit. Hey, der Tomatentyp macht Probleme. Oh, Deckung, äh. Boah, Alter. Ja, der Tomatentyp macht Probleme, hier ist ein Stück eine Granate. Ich habe irgendwas erwischt, sehr schön. Oh, Gott, verdammt, ey, die geht der Fallschalt, sehr gut. Oh. Boah. Ich gehe jetzt nicht rein. Der Typ ist gerade wieder gespawren, der Tomatentyp. Für das Imperium. So, ich habe Tomaten-McChicken besiegt, das ist gut. Okay, es ist noch irgendwo ein Typ, ja. Ja, da lege ich jetzt, kann man das Ding erobern. Und dann geht es weiter, ich die Gefängnis zählen, das wird ein Spaß werden, ja. Sind wir bereit, Leute? Jetzt kann es losgehen, hier. Oh, Luke Skywalker. Unlimited. Moment. Unlimited. Mann. Mann. Ja, ich habe mal die Stellung und ich, okay, ich bin feillich untergesprungen, sehr schön. vier der hausse tag zeigt über skywalker so starb luke skywalker ich hatte separator es jetzt alle gesehen er war payback weil er nicht mehr liegt hat der luke skywalker also irgendwann ist ja auch mal auf halt bloß nicht runter mann hart umkämpft werden die meisten kommande posten aber sie hat noch die meisten leute habe ihn habe ihn geben den back der kimmel back da danke fack war klar dass ich jetzt nachladen muss genau jetzt in dem moment gerade gerade hier kann hatten wofs erledigt wie sagt irgendjemand hier schietet und das ist der typ auf der rebellen seite das seine ebm weil ich habe ja auch noch gekillt ist es gut die loading back da hier hatte ich mitten in der rolle erwischt so erobern sagt sowas nicht mann wegen sowas lege ich meine erlege ich gerne mal schweiß geballt ist nachts wach so meinti du wurde erledigt so muss das sein muss das sein so wieso haben sie jetzt so aufgeholt das letzte simulation hier kann hat es zu dir an die typen würden wir gehen ran da nicht jetzt ankommen naja mal hier ist muni des muni brauchen back das ist eine durch ich hoffe es jetzt ständig hier keine regen gesprungen scheiße joda die ganzen kills und kriege nicht oder das ist ein bisschen hier kommt zurück hier packt hat gebackter joda joda oder ich komme ich begleite ich komme oder wir machen dass wir machen das da geht es nicht durch oder da geht es nicht durch damit dass leute attacke müssen da drüben hin los hier ist das gemetzel voll im gange hier macht spaß hier hat reingeworfen aber es ist natürlich hier hier granate ein treffer und ein kill wer will ich habe noch mal hier zack geht daran den speck und vorbeigeschlichen rot weiß blau es ist russland wenn ich das denn das jahr ist gleich russische kontrolle fällt jetzt nicht sogar grieber ist habt ihr gesehen oder grieber ist scheiße ist immer noch da joda du suchst joda scheiße ja meinti lupe sieht joda natürlich jetzt nicht verheirn aber was ich jetzt sofort hin hier der power of the dark side die machte dunkel seite wir waren habe ich auch schon fertig gemacht spüre die macht der dunklen seite warte hochziehen da erledigt spürt die macht der dunklen seite ein limited power unlimited power du hast keine chance gegen die dunkle seite der macht und du auch nicht ein limited power mit lichter kann ich auch umgehen warum rede ich überhaupt so so wie es sich gehört scheiße mann egal wer gerade für die rebellen kämpfer macht gerade ganz guten schaden gegen uns das finde ich gerade jetzt nicht so gut wir verdienen zu viele leute der typ ist wahrscheinlich so eine ein mann armee aber gut und beziehungsweise spannend wie sie da irgendwie nur 13 kills und wie gemacht hat ja und hier werden menschen aufgerieben ok ich drehe mich drehe mich drehe mich irgendwie wenn wir gerade richtig doll zerruppt guckt euch unsere zahlen an ich sehe keine gegner trotzdem kriegen wir richtig harten schaden es ist wirklich egal egal wer gerade für die rebelle kämpft der typ macht hier gerade die preisierte gerade richtig aber wieso wer zum geier ist der andere spieler der hier gerade für die rebelle kämpft alter hundert unterschied was muss das für ein es muss ja ein richtiges tier sein ich dachte vorhin hätte ich hier üblich die kids geholt aber nie passiert warum rasiert er so hart kann man sagen warum das so hart rasiert wir werden zu komplett der nudel was ist denn das denn hier leute ich habe angst ich habe richtig angst hier wenn sie noch irgendwie diesen gebiet unterwegs ist weil hier alle anderen bereits tot sind ich habe angst der ist in diesen kampfwerper drin habe ihn erlebt ich habe den neuen panzer ich habe den neuen panzer der kumpel muss ja vor einem panzer sprechen selber schuld wir sind an solche leute sicher denken so ja sie sollten nämlich umgebracht hätten lust vor einem panzer also was erwartest du du läufst von meinem panzer wundert sich dass du stirbst ich bitte dich es ist gut wie im eimer ich habe er den da drüben danke sogar mehr ruhiger bm kommentos oder attack ich bitte dich hier an der einsteck ecker oder? ne hn America nicht nachices hn 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 hier volles leben hatte es kann nicht wahr sein er ist so ein dinge müssen zu trinken dagegen vorgegeben schieter ein wo kommen dahin wenn hier überall die leute hier haben schicken sind es doch mehr als belastend ich habe gedacht war man kann das die topen sein es ist ja doch gute nacht kommt dann aber hier runter gesprungen nach dem motto ja ich kann nicht besiegen ich bin derjenige ich habe das winkeler glück ich bin der schieter scheinig der spiel zu sein scheint jemand anderes zusammen raketenwerfer alles klar aussteigen mal wieder durch sie sich durch die märkte lütz das ist ein schieter guten nacht ihr penner der toll ja natürlich muss er den panzer steigen natürlich muss er das hier gute nacht ja was hat er sich davon erhofft warum er das ja nimmt wenn er den panzer steigt ist eine chance das gebe ich halt über was das Bis zum nächsten Mal.